Hallo Leute, hier sind wir wieder in einer Galaxie, ganz, ganz weit weg, wie auch immer. Moment, muss ich nicht darüber? War da nicht irgendwas? Ach nee, hier konnte ich ja nur... Geht das auch? Blöw. Hier konnte ich ja nur das ganze Teil bewegen. Warte, da war Leben drin, da könnte ich doch nochmal... Was ist das? Ach nee, das ist Schutz. Ah, okay. Gut, ähm, es war ja jetzt so, dass ich irgendwie da rüber musste, sollte, wollte, wie auch immer. Und, äh, ich sag was jetzt hier, ich möchte jetzt ja eigentlich mal hoch. Ähm, ach, genau. Das hier war das. So. Und von hier aus, da rüber springen. Speichere ich doch noch grad mal. Wow. Ich seh'n die wie Müllschlepper aus. Die wollen bestimmt zur Reload. Die Frage ist jetzt, komm ich da rüber oder nicht? Ich speichere lieber vorher nochmal mal. Ist zwar... Ist zwar... Ja, wenn hier... Schummeln... Gut, das war der falsche Ladepunkt. Ja, das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Und wenn ich jetzt hier mit Schub arbeite, klappt das nicht. Ja, und wie ihr merkt, es ist kalt. Ja, ich bin erkältet. Ich dachte ja, das war das Wort schon mehr oder weniger. Ja. 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 Ich frage mich, ob es eine Steuerung gibt, mit der die Route geändert werden kann. Ich glaub, der haut mich gleich weg, wenn ich da nicht, äh, gleich mal... Ach, nee, hier ist ja eine Treppe, klar. Ähm. Was kann man denn hier machen? Keine Ahnung. Hm. Irgendwie müsste ich das ja beeinflussen können. Okay, gehen wir mal durch. Schuh? Bringt nix. Und Griff? Bringt auch nix. Ich hab ja nur noch Geschwindigkeit. Also... Hä? Okay. Schuh? Griff? Der klappt nicht. Moment. Hm. Hätte ich da springen sollen? Hm. Nein, gerade falsch auf. Griff. Genau. Jetzt sprung. Hier lang. Und nochmal sprung. So. Und jetzt kann ich wohl hier... Wohl hier... Hm. Damit hab ich wohl die Route geändert. Hm. Okay. Okay, was auch immer ich jetzt damit mache. Hm. Ne, was war... C war da oben, genau. Aha. Okay. Das sieht nicht so gut aus mit dem Blitzen. Oh, zwei von sechs ausgeschaltet. Fünf... Wohl. Wohl. Hm. Aber diesmal hab ich besser getroffen. Hm. Hm. Okay. Das ist natürlich jetzt... Ähm... Was mach ich jetzt? Da hoch? Äh... Okay. Da unten sollte ich nicht unbedingt rein. Die Frage ist jetzt... Gut, geht das... Äh... Das Glas nicht. Da komm ich auch nicht lang. Was mach ich da? Äh... Äh... Ich hoff muss rein. Macht Sprung... Ob genug ist? Äh... Nein, das funktioniert schon mal nicht. Nun gut, ähm... Dann... Hm. Hm. Gute Frage. Was mach ich jetzt? Will ich hochspringen? Kann ich überhaupt so weit hoch? Das Problem ist eben, ich komm hier nicht... Hm. Ich komm da nicht hin. Ähm... Hm. Das ist jetzt echt merkwürdig. Wieso komm ich denn jetzt mit... Mit dem Sprung nicht da raus? Oder so? Obwohl, wenn ich da drauf springe... Aha! Ein Versteck... Wollt ihr mich jetzt verkohlen? Das ist nur ein Versteck. Aus einem Versteck gibt es normalerweise ja keinen Ausgang. Oh, doch. Hups. Oh, das funktioniert also. Paktatanks habe ich auch schon alle zusammen. Oh. Ähm... Okay, dann nutze ich eben das Versteck einfach dazu... ...mich hier durchzumogeln. Ah, okay. Da könnte ich jetzt mal Paktatank benutzen. Und was ist denn dem da? Der neue Statue? Okay. Hm. Hm. Die Frage ist jetzt echt, ob man... ...da hätte rauskommen können. Weil vom Sprinnen her ging das ja nicht. Ach, liegt es denn hier? Okay. Da dürfte ich... ...Schub brauchen. Wo läuft hier wer? Normalerweise nicht ganz so gut. Da oben ist es vielleicht. Hm. Oh, läuft hier wer. Ah, okay. So, wie geht es denn jetzt also? Ach, okay. Da, ähm... ...mach ich... ...irgendwas machen. Das kann ich natürlich jetzt nicht bewegen. Die Frage ist, was bringt mir das, wenn ich... ...den Karren da... ...hinschiebe? Ich kann ihn nicht hin und her schieben. Das ist schon mal ein... ...großer Erfolg. Dahin komme ich doch eh nicht. Okay.